Ich kann jetzt nicht mal ordentlich sehen wie viele Lebenspunkte ich bekommen bei jedem Toten aber ich glaube es waren fünf. Ja, müssten fünf sein. Also ja, ich glaube ich mache jetzt eine... Ne, zu dir will ich nicht. Ich benutze jetzt eine ähnliche Taktik wie bei meiner. Ich werde jetzt zuerst in die schwierigen Gebiete gehen und das alles hier bewahre ich mir auch für später. Nimm keinen Schaden. Na gut, ich erzähle euch erst die Taktik. Also wir gehen jetzt so schnell es geht in den Wald, in das Maya oder in die Hölle. Und sobald unsere Lebenspunkte unter 100 fallen, gehen wir hier ins erste Gebiet zurück, weil wir hier sehr einfach Lebenspunkte fahren können. Also wir müssen jetzt runterspringen. Wir müssen nach rechts dashen, wir müssen nach unten schlagen und dann... ...oder einfach springen, warte mal. Wow, sehr schön. Was bist du? Siffenruner. Ist das auch Blutruner? Au. Ich glaube das ist auch so eine Blutabziehruner. Aber ja, jetzt holen wir erstmal unsere Lebenspunkte zurück. Momentan sind wir auf dem Weg zur Hölle, richtig? Ich denke nicht, dass die Hölle so ein guter Ort für uns ist. Dafür sind wir echt noch nicht stark genug. Nö, gefällt mir hier nicht. Oh, war das eine Kiste? Das gefällt mir schon eher. Oh? Na? Das Gold wollen wir doch nicht hier liegen lassen. Sehr schön. Oh. Oh. Ah. Oh. Oh. Ohne Doppelsprung geht echt gar nichts. Dreifahrsprung ist zwar nett, aber Doppelsprung ist ein Muss. Hühnchen brauchen wir gerade gar nicht. Das sind sehr viele Eismagier. Aber die lassen wir mal am Leben für unsere Beutezüge später. So, Boss. Boss, wollen wir nicht. Können wir nicht. So, Hölle. Ist gar nicht die Hölle. Okay. Hier ist die Hölle. Achso, die gehen nur nach oben. Au. Oh, 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 oh. Warum kannst du durch Wände schießen? Ah, es ist echt nicht gut. So. Gefährt kaputt. Lebenspunkte sehen echt nicht gut aus. Aber wenn man langsam die Taktiken von den Gegnern lernt, dann klappt das auch. Aber ich denke mal, wir werden uns gleich schon zurückziehen müssen. Weil ich nicht weiß, wie viel der da wirft zum Beispiel. Der wirft einen Knochen? Das ist wenig. Okay. Au. Oh. Kaputt. Kaputt. Irgendwo ist noch ein kleiner Schleim. Und warum brennt der Boden da? Das ist nicht gut. So, kaputt, 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 kaputt. Oh, Skelett. So, schön viel Lebenspunkte durch den Schleim. Sehr gut. Oh, 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 oh. Komm, springen. So, noch mehr Lebenspunkte. Und schon wieder so ein Feuer auf dem Boden. Brennt ganz schön lange. So. Oh, was ist ja auch noch? Oh, oh, oh. Komm schon, Schleim. Mach was. Kaputt. Ah, wenn die Schleime springen, dann steht Feuer auf dem Boden. Und die roten Typen hier haben sowohl den Fernkampfangriff als auch diese ranrutschen. Okay. Wir halten uns ganz schön gut. Was ist mit denen? Und die schlagen ab und nach vorne. Wie ihre Vorgänger auch, okay. Schlag und kaputt. Das war eine ganz schön große Etage. Haben wir hier irgendwas übersehen? Ah, ich glaube nicht. Was? Oh. Wow, 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 wow. Das ist sehr viel Eis. Schnell, 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 schnell. Okay. Oh, ja. Gold, 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 gold. Aber Lebenspunkte sehen echt nicht gut aus. Äh, zurück. Wir wollen zurück. Nichts riskieren. Oh. Falte Taste für den Dash. Und hier ist ein Sackgasser, okay. Also hoch. 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 Und zurück. Sehr schöne. Lebenspunkte. Mana. Und Gegner töten für mehr Lebenspunkte. Na, stopp. Gegner töten für mehr Lebenspunkte, ja. Wobei die Gegner hier in dem Gebiet uns 16 Schadenspunkte verursachen. Und jeder Tote uns 5 Lebenspunkte zurückgibt. So. Kaputt, 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 kaputt. Runter. Kaputt. Nun war es kaputt. Ja, sehr schön. Wir sind schon wieder bei 145 Leben. Müssen jetzt allerdings noch zu diesem Feuer verkürzen, ne? Weil das, glaube ich, eher eine Geduldssache ist als Geschicklichkeit. Ja. Okay. Du kommst auch mal mit. Und raus hier. So, links geht's weiter. Alle Gegner besiegen. Was? Machen wir doch. Wow. Gerne, wollte ich gerade sagen. Aber es sind ein paar viele. Das Ding kann anstürmen. Und schießt dabei Eisbolzen. Okay. Jetzt ist es tot. Ist mir egal, was ist. Ganz tot. Und. Retaliation Rune für Cape. Ja, Retaliation mag ich nicht. Auch wenn es ganz nett wäre, wenn wir das auf allen Rüstungsteilen hätten. Wow. Auf allen Rüstungsteilen hätten. Dann werden wir einmal getroffen. Dann werden wir einmal getroffen und der Gegner kriegt richtig, richtig viel Schaden. Gerade bei Bossen könnte das interessant sein. So. Und hier können wir mal mit. Und hier können wir schön in Ruhe unsere... Nee, können wir nicht. Lebenspunkte farben, wollte ich sagen. Aber... An die da unten kommen wir nicht ran. Weil unsere Klinge halt nach oben weg zielen. Aber gut. Trotzdem hat es ein bisschen was gebracht. Und wir haben noch ein paar Räume über. Oh. Zing, zing, zing. 2180 Gold klingt auch nicht schlecht. Wir brauchten ja nur 1000 für die eine Rune, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Gucken wir erstmal unten. Nicht, dass wir später wieder zurücklaufen müssen. Hallo, du was. Tschüss, du was. Ah, Lebenspunkte sehen sehr gut aus. Ja. Schwusch. Schwusch. Und Gold. 2500. Hm. Ich denke, wir werden nicht in die Hölle zurückgehen. Die Hölle ist zwar schick, was das Gold angeht. Aber es ist doch alles etwas zu stark. Wir kriegen da viel zu schnell viel zu viel Schaden rein. So. Also ja, wir können mal gucken, wie das bei Maya aussieht. Weil ich bin mir immer noch nicht sicher, was als letztes kommt. Also zuerst kommt der Wald. Da bin ich mir ziemlich sicher. Im Schwierigkeitsgrad nach dem ersten Gebiet. Aber was nach dem Wald kommt. Maya oder Unterwelt, ist die Frage. Ja. Noch mehr Gold. Weil ich glaube, Unterwelt, das passt einfach eher. Weil Hölle ist halt das Schwierigste. Jedenfalls, wenn man lange noch Diablo gespielt hat. Oh. So. Lebenspunkte sind voll. Mana ist voll. Wald. Das ist eigentlich der logische Weg, den man gehen sollte. Aber ich wollte eigentlich ein bisschen mehr Risiko in diesem Leben. Und was soll's. Gold ist Gold. Aber hier können wir ja fast schon Lebenspunkte farben. Also fast. Wir haben es jetzt einmal geschafft, das ganz leer zu bekommen. Aber ja, momentan haben wir volle Lebenspunkte. Da sollten wir echt was Schweres machen. Was richtig schön Schweres. Ich glaube, ich gehe zurück. Oder ich gehe auch nicht zurück, weil ich mich so doof anstelle, dass ich wieder neue Lebenspunkte brauche. Also ist nicht schön. Also ja, komm, wir versuchen einfach, den Wald leer zu machen. Mit den jetzigen Lebenspunkten, die wir haben. Was ja ganz schön viele sind. Oh, kaputt. 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 Oh. Ich wollte gerade sagen, warum liegt da ein Ei auf dem Boden? Aber das ist ja eine Phase gewesen. So. Quatsch. Erstmal runnen. Oh, Boss. Ähm. Ja. Könnten auch den Boss versuchen. Aber für den hätte ich ehrlich gesagt gerne mehr Blut-Equipment. Damit wir jedes Mal, wenn wir einen von seinen Gegnern umbringen, mehr Lebenspunkte bekommen. Also farme ich lieber, als den Boss zu versuchen. Oh, wer bist denn du? Oh, wer bist denn du? Du, du duber Typ. 4.743. Also mehr farmen kann man nicht mehr wirklich, ne? Ne, 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 ne. Wir haben nicht volle Lebenspunkte. Wir haben nicht besonders gute Ausrüstung. Ich bin vorhin aussehen zweimal in die Stachel gesprungen. Ich bin nicht super bei der Sache momentan. Da sollten wir nicht versuchen, Ross zu töten. So, komm runter, du Bober. Genau. Stimmt. Oh. Stimmt. Schon bin ich nachher gelaufen. Schon bin ich nachher gelaufen. Ja, ne. Psst. Definitiv kein Boss angehen. Oh. 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 Das sind viel zu viele Gegner hier. So. Viel zu viele Stacheln. Stacheln sind ja schon fast schlimmer als Gegner. So. Ein Höllenpferd kommt gleich zurück. Und wir können es nicht one-hitten. Das sollte ich mir für später merken. So. Lebenspunkte sind bei 100. Jo. Oh. Komm. Wir müssen schnell jemanden umbringen für die Lebenspunkte. Und nicht immer auf Versehen die Karte wechseln. So. Oh. So. Du bist kaputt. Du bist kaputt. Du bist kaputt. So. Ruhe. Ich bin bald so halbwegs. Du bist kaputt. Und wir kommen an das ganze Gold nicht ran. Ranger Chessplate. Aber das andere Ranger Ding war einfach nur eine Aufstufung von dem Silber. Also es war nicht wirklich auf irgendeine Klasse orientiert. Oder Schadenstyp. Oder sonst was. Was ich halt komisch finde. Weil bei Ranger Zeug denke ich eher an Fernkämpfer. Und Crit. Und sowas in der Richtung. So. Wir haben auch noch in dem ersten Gebiet Räume frei. Ja. Ich glaube. Aha. Nee. Ich teleportiere mich nicht zum Boss. Ich teleportiere mich ganz am Anfang von dem Labyrinth. Genau. Hier hin. Und gehe von hier nochmal alle Räume ab. In der Hoffnung, dass ich Lebenspunkte so bekomme. Bist du und du was? Ja. Sag ich ja. Wir bekommen Lebenspunkte. So. Bist du und du was? Ja. So. Kaputt kaputt. Aufmachen. Oh. Oh. Sehr schön. So. Keinen Schaden nehmen. Äh. Das hatte ich eben schon mal geschafft. Und ich habe es wieder geschafft. Sehr schön. Haste. Oh ne. Schneller laufen kann ich echt nicht gebrauchen. Ich habe mich gerade dran gewöhnt wie das Spiel jetzt ist. Wenn ich. Nein. Wenn ich dann nachher schneller laufe dann kriege ich gar nichts mehr hin. Es gibt ja auch einen Trait der heißt schneller laufen. Und das ist absolut nicht gut. Ne. 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 Äh. Ne. Die Trude spare ich mir für später auf. Oder so ähnlich. Dann werde ich auf jeden Fall sterben. Das wäre nicht so toll. Er bräuchte einen ganz einfachen Raum mit ganz vielen Gegnern. Ja. Das ist irgendwie widersprüchlich. Ich weiß. Oder einfach. Zwei Statuen. Äh. Maya. Nein. Maya ist nicht einfach. Wir wissen noch nicht wie schwer. Aber es ist nicht einfach. Und hier ist nochmal Maya. Okay. 71 Lebenspunkte. Warte mal. Den hier kann ich ganz leicht töten. Sag ich ja. Oh. Oh. So. Vorsichtig genug sein. Dann passt das. Ja. 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 Doch. Wow. Du hast eine große Keule. 96 Lebenspunkte. Und du hast nur einen Linear-Stern geworfen. Die Teufel in der Hölle hatten glaube ich drei oder vier geschmissen. Das ist schon ein ganz anderer Schnack. Aber so ist das vertretbar. Oh. Und schön flickisten. Gold. Mana. Ich hätte aber eigentlich ganz gerne. Grünchen. Oh. 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 Viele Augen. Und gleich tot. Töten, schnell, töten. Hey, hey, hey. Tun wir was? Nein. Boah, sind hier viele Augen. Und, oh, oh, weg. 5700 Goldmünzen. Ich glaube, das ist ein Rekord. Trotzdem sind wir gleich tot. Oh, ich will erst mal diesen komischen Gelben hier, der anstürmen kann. Den will ich erst mal umbringen. Und der wartet uns ja vor, bevor er was macht. Genau, danke. So, jetzt Augen. Ah. Sir May ist wohl von einem Augen umgebracht. Das sind eine Menge Gegner. Vier, ein Drittel rein. Wow. Okay. Kleine Pause und dann geben wir richtig viel Gold aus.